Yo Kinder, herzlich willkommen auf meinem Kanal AP Al Dento und das ist eine ganz kurze Ankündigung, denn heute Abend am 2.1. startet heute um 18 Uhr auf Twitch, der Stream. Und zwar werde ich heute Binding of Isaac Rebirth zocken, das habe ich gerade bekommen, das Spiel, beziehungsweise ich habe es mir gekauft und das werde ich heute zocken mit euch live auf Twitch. Das wird jetzt da eingeblendet sein, der Twitch Link, da kommt direkt auf meine Seite, ihr könnt mir gerne ein Follow geben oder mich followen, keine Ahnung wie man das nennt. Auf jeden Fall heute Abend 18 Uhr plus 10 Minuten, plus mindestens 10 Minuten und ich hoffe, dass möglichst viele oder einige dabei sind und dann werde ich sagen, wir sehen uns heute Abend. Bis zum nächsten Mal, ciao!